Untertitelung des ZDF, 2020 Aber es geht noch weiter, jetzt über die Lavafelder. Es geht immer noch weiter nach oben, aber hier unten ist das Alloschne Kraterloch. Es geht weiter berg an. Fischtrawler, jeder Blick. Raffeneinfahrt, da zwischen den Bergen und Lavastrom hier vor uns ist die Raffeneinfahrt. Die Stadt und hier direkt vor uns ist der Krater. Da geht es hier steil runter. Da links unten ist der Flughafen. Oh, da landet gerade wohl einer. Ein ganz kleiner. Die Gipfelstürmer. Da sind noch weitere Gipfelstürmer. Ja, aus den Öffnungen kommt immer noch ein bisschen Dampf raus. Und wenn man die Hand reinhält, kann man auch merken, dass es etwas wärmer ist. Aber wir sind immer noch hier oben. Immer noch schön warm. Und jetzt sind wir auf dem Abstieg. Die letzte kleine Höhe, bevor es dann wieder endgültig runter geht. Unterblick zurück auf den Polka. Ja schön. Jungs. Und jetzt habe ich noch das, aber... Ich bin ganz kleiner. Kamiker und ich glaube, wir werden auch ein, das des mich ist. Ach, ich bin ganz kleiner. Abends bin ich... Orten. Ich bin ganz kleiner.